Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part, Horizon Zero Dawn. Ja, beim letzten Mal sind wir in Scheuerfels angekommen, besonders stehen geblieben, das von Grauhabichten angegriffen worden ist. Und wir werden jetzt auch gerade von Grauhabichten angegriffen. Junge, hau da ab! Deshalb fliehen wir mal lieber ein bisschen. Dich rette ich jetzt nicht. Du kannst... Du bist mir egal. Aber ich muss in die Richtung. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Boah, ne, komm. Äh, macht ihr das mal. Ist mir egal, ob ihr kapiert oder nicht. Das hat irgendwelche unwichtigen NPCs. Äh, äh, da oben. Boah, Alter! Ja, das hast du jetzt davon, wenn du mich angreißt. Komm, einfach durchrennen. Scheiß auf die ganzen Gegner hier. Wo ist da oben hinkommen? Wie? Wahrscheinlich diesen Weg hier folgen. Könnt ihr euch mal bitte verpiesen? Ich habe keine Lust auf euch. Fliegende Gegner. Ach Gott, da oben ist wirklich ein Sturmvogel. Oder? Ich meine, wenn die Mission schon tot aus dem, äh, aus dem Himmel heißt. Dann gehe ich irgendwie davon aus, dass es wirklich was am Ende mit dem Sturmvogel zu tun hat. Hier komme ich doch mal an ein Ziel. Können die sich nicht endlich mal verpissen? Äh, ihr seht nichts mehr. Äh, hallo? Hello. Äh, hallo? Wo bin ich? Was war das denn gerade? Ey, ihr krepiert jetzt. Das sind zu viele. Ich kann nichts machen. Wo muss ich überhaupt lang? Ich muss diesen Weg noch folgen, oder? Ja, hier geht's hoch. Alter. Können die auch mal abhauen von mir? Was seid denn hier so aggro, ey? Ich habe euch nichts getan. Alter, verschwindet. Meine Güte, was sind denn das für aggro-Viecher? Absolute Drecksviecher. Deshalb hasse ich fliegende Gegner. Also mal, ich muss dort drüben klettern. Oh, und das war der Kälte hier noch. Da tun einem doch schon die Finger beim Klettern weh, oder? Kein Platz. Warte, ist das nur für das Item? Oder komme ich, wenn ich hier lang gehe? Ja, ich komme woanders raus, okay. Dann habe ich mal nichts gesagt. Wow. Alter, ey. So, Draht. Kommen die eigentlich immer her? Warum haben die immer so eine Explosion noch? Das nervt. Ich habe schon wieder viel zu viel Stuff, das geht doch mal gar nicht. Kann ich irgendwas loswerden? Kann ich irgendwas loswerden? Mit Herzen kann man schon eher was anfangen. Und daher nehme ich die eher mit. Brüllrücken. Okay, die haben eine Feuer- und Abtrennschwäche. Boah, wie es hier am Schneien ist. Und Schnee hat mir schon ewig nicht mehr bei uns. Das dann ist es wichtig. ein石-2-3-5-5-5-8-8-6-7-7-9-9-5-4-7-9-6-8-7-9-j9-9-8-9-begon. Einfach weiter gehen. Das Teil kann uns nichts. Wie lange es mich nicht sieht. Okay. Ich hab's doch gesagt. Das hat ne Eisschwäche. Ich hab's doch gesagt. Hm. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber ich fürchte... Hier bleibt nichts anderes üblich, als zu kämpfen. Komm her. Aua! Macht der Schaden. Alter. 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 Was ist das? Ah fuck Aber ja, Eis ist sehr gut Eis ist sehr, sehr gut gegen ihn Müssen die wieder zum Landen bringen Dann haben wir es etwas angenehmer gegen ihn Kommst du mal her Ja, das ist sehr gut Ja, das ist sehr gut Oh Gott, ey. Was ein Krampf. Aber wir konnten ihn besiegen. Unseren ersten Sturmvogel. Gacha, haha. Ja, wenn man grob, also solange es nur einer ist, ne, geht es, würde ich sogar behaupten, wenn man ihn richtig angeht. Wenn man das Ganze richtig angeht. Wenn ihr ihn eben vereist und all. Dann würde ich schon fast sagen. Ist es definitiv schaffbar, ihn zu bezwingen. Also am besten, mein Tipp, vereist ihn, sobald es möglich ist. Wenn ihr ihn vereist habt, haut aus seinen Schwachstellen drauf bis zum Vernimmerleisttag mit euren stärksten Waffen. Ich hab halt hier immer die Gehärte in Pfeile genutzt. Ich denke mal, das dürfte eine gute Waffe sein. Gut, den Weg tun wir uns, glaube ich, jetzt ein bisschen erleichtern, indem wir uns importen. Dieser Angriff hätte die Stadt zerstören können. Er hat mir allerdings meine komplette Heilung... ...genommen. Das war nicht sehr freundlich von ihm. Wo war die Leiter da? Hallo, Dude. Ich hab einen weiteren dieser Köder gefunden und vernichtet. Das Problem sollte gelöst sein. Feuer und Spucke. Das hätte ich nicht gedacht. Und wenn es davon noch mehr gibt? Die Werkstatt, wo ich ihn fand, ist verlassen. Ihr seid sicher. Gut. Meine Truppe und mein Bruder hätten in die Hände gespuckt. Und sie dir gereicht. Im Namen von Scheuerfels und meiner Familie. In Zeiten von Corona kannst du sowas noch nicht machen. Und wir haben einen Leveler purer Stufe 32 erreicht. Ich glaube, das maximale Level... ...war... ...50 durch das DLC. Wo man am Ende... ...700 oder so hat. ...langbeinherz. Okay. Äh, warte mal. Jetzt hol mal kurz einen Händler auf. Gucken, ob wir bei ihm noch irgendwas... ...verscherbeln können. So, nee. Verkaufen wollte ich. Oder können wir irgendwas bei ihm kaufen? Nee. Meine Waffen will ich nicht verkaufen. Was brauchte ich denn eigentlich für den Kriegsbogen? Ein Tramplerherz. Ja gut. Das sollte ich mir wirklich mal beschaffen. Dass ich diese Elementpfeile haben kann. Ja gut. Das nutze ich sowieso nicht. Die Sprengschleuder. Lanzenhornherz. Okay. Okay. Irgendwelche Rüstungen. Die. Wasserrahmen. Hm. Oh, ich werde es eigentlich auch nicht zwingen, ne? Ich weiß nie, was man sich kaufen soll. Das ist das Problem. Ja, das Problem kenne ich. Ich kann auch nicht immer so gut schlafen. Ich zocke halt so viel. So, was machen wir nun? Ist die Frage der Fragen. Gehen wir als nächstes zur Mainquest. Wäre da eigentlich eine Option. Wir haben jetzt gut was an Nebenaufgaben mal wieder erledigt. Haben eigentlich relativ viel aufgedeckt. Fleisch. Vegetarier hassen diesen Trick. Und daher wäre es jetzt eigentlich mal eine Überlegung zu sagen, dass wir jetzt mit der Mainquest weitermachen. Grapport ist allerdings noch ziemlich weit weg. Was? Warum habe ich das hier noch nicht aufgedeckt? Wahrscheinlich, weil ich hier noch nicht gewesen bin. Okay, ne. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das Dorf hier. Und das Häuschen hier. Das decken wir noch auf. Ganz einfach. Äh, Donnerkiefergebiet. Äh. So, das ganze Jagdgebiet. Gedöns hier. Weiß ich nicht, ob ich das angehen möchte. Porten uns mal hier hin. Und kümmern uns dann jetzt um dieses Dorf da. Also das geht ja mal gar nicht. Ich will hier schon alles aufgedeckt haben, ja? Bedingt es jede Siedlung. So, ich bin hier bei dem Langhals. Hier sind was. So. Musst dir gerade schon überlegen, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Dann ist es schon wieder so ein Vieh. Denn ich mag es nicht, Vieh. Ah, das war... Ah. Ja, wir sind in die andere Richtung gegangen, weil wir zum Langhals gehen wollten, ne? I remember this. Ja, solange die Viecher da, ähm, ganz einfach ihre Kreise drehen, ist es mir mal egal. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt nochmal Bekanntschaft machen mit einem weiteren, ähm, Sturmvogel. Grau habe ich, die gehen ja noch. Aber auf einen Sturmvogel kann ich gerne verzichten. Das ist nur ein Schnappmaul, das irgt mich nicht. Ich bin auch nur Banditen, also, ja, macht ihr mal. Ich kümmere mich um die Gewinner. Aber ich glaube eh nicht mehr heute, denn das war's erst einmal mit Horizon Zero Dawn für heute. Wenn euch das Video gefallen ist, Leute, lasst gerne ein wenig Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch mal lassen. Gerne mit einer kleinen Bekündigung, was dir gefallen hat und was nicht. Und jo, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir eventuell mal langsam in Richtung Mainquest gehen. Wird mal langsam Zeit, glaube ich. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute. Ciao, 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 ciao.